So und damit seid gegrüßt meine Lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardrum zu einem weiteren Tag, zu einem weiteren Spiel im Quarantäne Trash, wenn du eingefürst. Algumanns Note haben wir jetzt hier im Netztest, Start Game haben wir jetzt hier und dann können wir auch noch Scans die wir noch nicht eingeschaltet haben. Ja, Settings, Musik ist freundlicherweise schon 40% gewesen, haben wir es schon gut eingestellt. Na dann würde ich mal sagen, Steam Name Visible, warum nicht? Machen wir hier, hier steht's schon, Hennos, Zwergenfurst, LP, Zwergenfurst. Na gut, dann machen wir doch wieder, ähm, Hidden, ok. Ja na dann, ähm, Start Game versuchen wir es jetzt mal, machen wir uns rein. Willkommen zurück, Fighting Time aber ja nicht mehr. Das ist ein Kampfspiel mit Schweinen. Fight! Ah, hier kommen wir in der Hintergrund, Mode Classic, Sun Death. Klassik spielen wir erstmal. Ok, ähm, los geht's. Start Game. Fight! Achso, mein Pferd hast du die Störme hier. Luftballons zerstören. Ich habe nur, der ultimative Luftballons zerstörer. Axt. Wenn doch jetzt eine Axt ausgerüstet, könnte man doch jetzt eigentlich... Oh, Axt. Axt haben. Jetzt, jetzt geht's so richtig ab. Wurf Axt. Wir stehen hier nur auf einer Stelle und verteidigen wir uns. Verstehe. Die müssen wir da auch fangen, oder was? Kopf geworfen. Abdenk's. Uff. Aha. Keine Schweinchen verletigt sich gegen Wölfe. Oh, Binnenlauf. Rundschaft verengestaltet. Das Schweinchen kämpft sich durch. Wir verteidigen uns nur. Jetzt habe ich mich erfolgreich genug. Ach, den Raketen in uns. Der Wolf, den ist der Hund. Ist auch nicht falsch. Kann man beim Springen angreifen. Oh, waren besiegt. Und wir haben einige besiegt. Und verdient keine 1 Minute. Okay. Starwood Tutorial. Achso, das hatten wir ja schon mal. Gut. Machen wir es nochmal. Ja. Eigentlich verständlich. Bats, 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 bats. Verteidigen können wir uns nicht. Müssen wir noch aufpassen, wie wir angreifen. Die Oma zerstören. Die Oma zerstören. Und keiner der eins. Verdammt. Oha, der kommt auf seine Sand. Verdammt. Das ist ja ganz süß. Es ist ja hier. Richtig süß hast du hier. Verdammt. Der muss noch von oben schlagen gehen. Der Messer. Sonst steckt er uns. Wolf Beating Time. Na komm. Welche kriege ich? Oma erledigt. Ich muss meine Waffe fangen. Ist völlig schlecht. Messerwurf. Kopfwurf. Verdammt. Fight again. Ohne Tutorial. Das waren die meine Waffen fangen. Hier. Verdammt. Mit der richtigen Maustaste fangen wir an die Sachen. Oma Wölf. Verdammt. Na komm. Attacke. Wölzfüller. Wölzfüller Wölfe. Die haben ich gleich. Ohne Tutorial. Raketenwolf. Sehr gut. Der Raketenwolf. Der Raketenwolf würde ihm siegen. Ich bin noch nicht so gut mit Verteidigung. Shoot. Shoot Shoot. Retreat. Was haben wir hier? Können wir uns irgendwann was kaufen? DLC. Irgendwann freischalten. 100 Wölfe müssen wir besiegt haben. Das war den nächsten Hintergrund kriegen. Ok. Wir spielen nach wie vor den Klassik Modus. Den muss jetzt mal beherrschen bevor ich hier das nächste. Bevor ich Suntendef spielen kann und so weiter. So. Zwei. 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 Geworfen. Rauscha freigeschaltet. Fashionpulls. Ah ok. Hier haben wir gleich ein Gut aufgesetzt. Axt geworfen. Ich drehe auf einmal. Ihr Feigen. Feigen Wölfe. Jetzt habe ich geaxt. Oh man. Vielleicht bin ich dann wieder besiegt. So wird es doch nie was für den 100. 70 müssten wir jetzt haben, wenn ich richtig mitgezählt habe. Na komm. Ein paar Wölfe hier besiegen. Und ein paar Wölfe besiegen. Na komm hier. Braucht es. Müssen wir mal mehr in die Waffen greifen. Kopf hoch. 7 Wölfe, das gibt es doch gar nicht. 71 haben wir hier. Okay. Sun Dev. Pixel 100. Klassik. Kommen wir mal. Sun Dev versuchen. Wolf Baiting Time. Ah okay. Da sterben wir auch schon, wenn wir von einem getroffen werden. Es ist nicht so gut. Spielen wir mal Klassik. Wir müssen hier die 100 voll kriegen. Krassieren. Damit ich nur den anderen in der Wurze zeigen kann. Oh komm. 12 ich hier mal erledigen. Die Gäbsen sind gut. Könnten wir doch mal ducken. Ist auch nicht schlecht. Ist jetzt einigermaßen gut verteidigt. Es ändert sich. Ja komm. Hier. Oh wei. Das ist 8 und 9. Na mindestens 10 können wir doch hier. Das war ein bisschen mehr. Damit wir hier nicht so lange brauchen. Nein. Die verbotenen Hieber. So 14. Da sag malängig ist. Wenn wir momen in der Wildblend boss. Jetzt machen wir die Welt. Jetzt gehen wir die Finger runter. Ja weg, ne? Ja ges杯an. Er ricke keine Masse ? Immer besser. Ne vous voilà. Und dann etwas miau Hudson. Gerwie Iss' Dynasty ist sch peevean. Gegend hätte etwas anderes. Du hattest das Kawuma. 25, na sehr gut, das sind wir doch hier. Let's go, können wir schon, haben wir. Na dann, Pfeiz, auf der Straße. Polizisten Hund, Polizisten Wölfe. Polizisten hier angreifen. Polizisten Wölfe. Skater Wolf. Aha, da haben auch andere Leute hier. Auf der Straße. Oha, ich meine selber ist Wolf. Bukkabai, Ash Ketchum Wolf. Bukkateiner Wolf. Lady Wolf. Oha, Betten Chills. Jetzt hab ich die Mütze. Sheets und Tape, du. Genau. Eigenschaft. Ich lass uns hier nicht besiegen. Zumindest erstmal nicht so schnell. Kapau, Herr Bank. Mein Servus Wolf. Bukkateiner Wolf. Bukkateiner Wolf. Ja, das müssen wir hier nicht nochmal machen. Wir machen noch eine Runde, eine letzte Runde. Da bin ich jetzt, ich muss hier auch noch. Ich muss hier auch noch. Oh, Zylinder. Ja, das ist schön, aber irgendwann muss auch Schluss sein hier. Ja, hier fehlt mir tatsächlich. So viel zwischendurch. Mein selbes Wolf. Und die Pokéball, verdammt. Das ist kein Pokéball, mein selbes Wolf. Ah! Gotta catch him on. Mein selbes Besiegt. Wackenball. Na, prüge, prüge. No skating. Ganz genau. Die Schilder bringen euch nichts. Ah, Taki. Na komm, der 20 ist das Miner. Da brauchen wir noch einen Rekord. Na komm, euch geht. Stimmt. 22. Ach, hier auf der Straße ist das ein Rekord. Sehr gut. Ball ausgewichen. Den Ball hätten wir anfangen müssen. Warten der letzten Schläge her. Was wollen die überhaupt hier alle von mir? 2B. Handressing. Nice service Wave 27. Nice. Okay, damit können wir es glaube ich mal. Jetzt haben wir doch ein erfolgreiches Ende. Das ist dann schon die EC. Wir haben nur die zwei. Ich denke runter. Ja gut, haben wir doch etwas gezeigt. Oha. Ich habe hier die Eisgurus. eisgroß 2086. Ja gut, wenn man sich da reinkniet und das dann wirklich ernst nimmt, schau top 10. Ja, show me. Ich bin auf Platz 27. Achso, ich habe 27 Punkte. Ich bin auf Platz 134.107. Oha, ich bin aber besser als Pirat. Ich bin besser als Platz 134.908. Das ist also, ich bin schon, ich habe es schon geschafft, ich bin nicht mehr ganz weit unten. Nicht auf dem hinterletzten Platz, sondern auf dem 2, 3, 4, 5, 6, 6 vorletzten Platz. Ja gut, ich glaube nicht, ob es euch noch gefallen haben lassen, Abo da, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und das nächste Quarantäne Trash. Ich verpassen wollt an den Zwergenfürst. Ja, wie immer gilt, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt munter, lasst euch nicht klein kriegen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020